Moin Leute und wir sind hier wieder bei den Schatzsammelern beim Monster Hunter. So, ein Antrag, irgendwie peinlich, deswegen Unterstopf, Rutschen, blauer Pils nach rechts, Stockrank, hinab, Schrank, hinab, dort gibt es Dreck, okay. Cool. Blauen Pils, siehst du? Der rier. Eigentlich. Unser Schlupf, runter, noch was Rutschen. Was ist man hier? Oh, blauen Pils. Hier sind Rutschen. Oh, blauer Pils, dann nach rechts. Und hier, ach so, ja. Stockrank, runter, und runter, und einmal. Eins. Jetzt springen wir hier runter, oder was die andere? Zwei. Und hier gibt's irgendwo Dreck. Das ist ein Dreck. Scheiße. Hier, ich will hin. Ach du, vor dem Wasserfall der Liebenden. Einer Bombe. Das ist doch... Eine Bombe, einen Wasserfall aus. Das ist doch eigentlich ganz oben. Das ist doch ganz, ganz oben. Vor dem Wasserfall der Liebenden, da. Und hier ist der Ray mit einer Bombe mit einem Wasserfall aus. Halt ich auch hoch, ja? Aber ich hab keine Bombe mit dabei, hm? Ein nicht, der ist da hinten. Okay, wenn da dahinter ist, dann sprengen wir halt das ganze Ding nach. Ich kann den auch, dass wir hier nur Bomben brauchen. Hier sind die 17, da sind die 11, da sind die 11. Ja, aber ich reicht's ja. Ah, siehst du, kann ich auch wählen. Dann springen wir. Dann müssen wir wirklich das Ding hier springen, Junge. Noch ein, noch ein. Ray sagt, wir könnten uns trocknen, wenn wir springen, aber wir landen mit dem Fluss, wir folgen die Fluss in der Höhle. Wir können uns trocknen, wenn wir springen. Dann springen wir. Was? Wo wir springen. wo wir sprangen in den fluss bis zu einer höhle es endet hier 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 irgendwo sein bist du denn hier haben sie angeht ok jetzt noch was kommt mit na gut Leute das war 3 Schatztipps bis zum nächsten Mal